so wir sind hier also auf pause ich hoffe man nimmt auf also werden wir permanent neue gegner machen was man will da scheint hier hinten noch zu sein das problem was ich hatte ist so wie es das legt noch mal so viel stress auf das spiel dass das ja alles nur noch im stocken nehmen jetzt wieder mit relive auf das heißt es könnte sein dass meine stimme ein bisschen roboter art wie gesagt also werden wir jetzt die dinger getötet ich glaube jetzt ein bisschen zurück machen jetzt hier die letzten fertig dann wird wieder neue erscheinen ich habe noch nicht so den plan wie das hier funktioniert ja die letzte aufnahme ist wieder abgestützt deswegen habe ich jetzt aber das ist nichts besonderes passiert dass wir eigentlich gemacht was wir jetzt machen laufen vor holen paar ab laufen zurück das spiel legt dann war es irgendwann abgestürzt ich mache das immer so weiter bis keine ahnung ich komme hier ja nicht weg so jetzt neue da ist auch schon ein neuer hier sind auch fünf sechs neue die portale sind zerstört dann gehen wir hier wieder rum machen weiter wenn wir dann nach einer halben stunde können wir hingehen können uns neuen buff holen und dann können wir wieder vor laufen ich versuche mein bestes koch 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 jetzt hätte man legion jetzt schon zweifel noches ja Und so habe ich eine ganz gute Feststellung gemacht, wenn die glatt ist, die Pult. Hier kann ich also teilweise one-hitten. Hm, wie schön aus, schon wieder ihre 100 Pfeile verballern. Die können wir uns umreden. Für die Königin bin ich für Rondra. Ja! Genau. So. Jetzt haben wir hier wieder... Ach, tschuldigung, sie laufen vor uns weg, glaube ich. Das hatten wir schon in der letzten Folge. Wir sind hier noch mal endlich aufgetaucht. Die Fallen kann ich nicht entschärfen. So, jetzt tauchen wir hier neu auf, jetzt können wir schnell abhauen. So. Wieder weg. Obwohl klar das schafft. Wahrscheinlich nicht. Ja. Wie gedacht. Okay, gut. Aber wir sind ja auch fit. Ich weiß eigentlich mal, ja. Ich war eigentlich nicht so schlecht. Ich war eigentlich nicht so schlecht. Ja, die Fallen. Wenn die Fallen gehen, dann ist das beschissen. Gute Entscheidung. Zum Angriff. Ich versuch mein Bestes. Oh Gott, jetzt stehen wir auf. Kampf ist vorbei. Oh Gott, das hier letzter Verband so oft ist sie schon gestorben. So, jetzt werden wir wieder speichern. Wir dürfen aber jetzt nicht weg, weil wenn wir jetzt weggehen, dann tauchen wir wieder neu auf. Ich hab jetzt echt langsam die Nase voll. Oh Gott, das ist toll. Musst ja alle hier irgendwie durch die Fallen durchkriegen. Okay. Ah, guck, die mögen die Harpchen. Das ist. Schieß mal auf den Eulen. Die Harpchen sind, glaub ich, nicht so das Problem. Diese Elektro-Typen nennen's. Ich hab jetzt 2 Brunnen. Wir können jetzt 2 Brunnen. Ah, Gild. Sauber. Schön bunten Zungge-Fucht. Dann mal noch so eins. ein Leutnant die haben noch einen umgebracht die machen wunden die Harpien okay das scheint noch ein Leutnant zu sein wow die Harpien, die hauen ganz schön rein jetzt wirds ernst jetzt die schon fast kaputt okay super was gibt's von den Harpienfeelern wahrscheinlich nicht schlecht oh das kann ich jetzt noch nein nie noch mehr Blitzer na klar ich nehm die Sache in die Hand schafft es das noch ich mach das schon halt noch mal rauf komm jetzt bevor der Blitz okay gut was haben wir dabei Kriegsfeier drachenbluten nehm ich mal mit wir hatten gesagt dass die Lieutenants teilweise noch ein gutes Loot haben das waren ja die hier ne ist es normaler die hier ne auch nicht ich hab hier ein Fähler oh da ist eine Kiste schau mal können wir die Speicher oh nein, da gibt es wieder ein neues toll ich versuche mein bestes gut ich mache das schon aufgepasst was kann doch nicht sein dass hier ständig neue mitzahlen und echt lange die schnauze voll die schaffen wir aber nicht so viel heilträcke kann man gar nicht schlucken ich versuche mein bestes gut so müssen wir praktisch schnell looten weil gleich sofort wieder neu gekommen ich habe so die schnauze voll von dem level echt so die schnauze voll das ist so ätzend ist nicht die schwierigkeit ist dieses ständig dass man das nicht dass man das nicht säubern kann hier ständig neue ständig neue und dann sagen wir zerstöre die portale für was damit noch weniger damit weniger neue kommen das ist echt frustrierend muss ich sagen ich habe kein bock mehr da kommen die nächsten blitz sei ja blut händen kann nicht so viele machen wir laufen hier einfach vorbei nein das ist ja unser tod ich versuche mein bestes für Rondra der neben praktisch nur Glück wenn wir zwei auf einen schießen dann ist es vorbei pass auf wir nehmen jetzt die kladde und hauen ab dann nehmen wir den zwerg und hauen ab dann nehmen wir das schaffen so wie ich es die leute wiederbelebt bekommen oder wir sollten hier nochmal rein kämpfen dann hilft ja nix jetzt sollen sie eben nochmal durch das tor kämpfen wenn hier wieder gleich wieder neu gespawnt sind ach ist das ätzend das macht echt keinen spaß das macht echt keinen spaß das geht wieder lecky lecky hier lebt ja mittlerweile keiner mit isergogs schon keiner das ist gar nicht wie weit wir runter rennen können hier bezeugen wir jetzt wieder ultra lecky das feste spielstütz klären da ist es auch mal abgestürzt wenn obi es was zeig Rajar also diese blitzer sind total überpowered meiner Meinung nach und komm wir können wieder rein Ich glaube es ist jetzt echt nur noch einer hier ne ne ist es aber noch bei ne trinken die schaffen wir nicht das an der macht mit 25 schaden alle zwei sekunden sowieso gleich laden die lecki ja wenn wir dann nach oben gehen aber wieder 15 von denen oder 100 oder 200 oder was weiß ich ich hab echt keinen bock mehr ich hab mich auch falsch gelaufen ein bisschen geheilt ich denke zwar wie zwei solcher blitzer und rennt die ganze gruppe um ihr leben und es ist ja andere zwerge auch dauer es muss einfach klarkommen er scheint weniger zu flitzen Bei meiner Aktion Bei Anglostar Oh der Lieutenant ist absolut überfordert der hat ja nur geblitzt da konnte die gar nichts machen ich habe von wegen tüdy Ah ne ist noch gar nicht der Lieutenant ist noch normaler man Dreck Ja und es gehen noch langsam die Verbinder aus Was ist denn hier unten? Musst du die doch mal aufteilen? Das ist schon wieder so laggy, dass wir gleich wieder abstürzen Ich habe immer noch die Hoffnung, dass da überall ein Schluss ist da oben, dass da überall keine neuen mehr kommen Aber ich glaube, was... Ich glaube, der ist mit dem Händler beschäftigt Ich glaube, ich kann mich auch angreifen Ich glaube, wir haben ihn mit drei Leuten Gehen wir noch mal einen Buff Das ist noch einer Oh Oh Meckt ihr das? Der Stütz wäre voll ab Es ist einfach, da sind zu viele Gegner Aufgepasst Ich mag das schon Als das Spiel Handeln Handhaben So, ich habe mal wieder... Äh, jetzt haben wir neu Oh Ich habe echt langsam keinen Bock mehr Jetzt können wir das alles nochmal machen Oh man Seht ihr was hier ab? Ja Ich sterbe mal gleich wieder, wenn ihr neue Blitzer Eher 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 das ließ er war der neue ich versuch mal das Allemal hergehört! Ich bin tot So, zwei neue hier hinten sind gerade aufgetaucht Oh, ich hab echt keinen Bock mehr Aber jetzt war es scheiß auf das Spiel, ich mach nicht so einen Mod oder so oder einen Cheat tut Das macht keinen Spaß Na ja, jetzt mach ich keinen Spaß